Einführung Was sind die großen Ideen dieses Buches? In Sozialkunde der 9. Klasse begegnen dir Themen, die Gemeinschaft und Identität betreffen. Diese Themen behandeln Möglichkeiten und Herausforderungen, eine Gesellschaft aufzubauen, zu der alle Kanadier gehören und die eine gute Lebensqualität für jeden bietet. Diese Möglichkeiten und Herausforderungen entstehen, weil Menschen in Kanada aufgrund ihrer individuellen und kollektiven Identitäten unterschiedlich auf diese Themen reagieren. Die individuelle Identität kommt von deinen persönlichen Interessen und Erfahrungen und auch von den vielen Rollen, die du spielst zum Beispiel als Schwester, Bruder oder Mitglied einer Mannschaft. Es gibt in Kanada so viele individuelle Identitäten wie Menschen. Deine Identität als Einzelperson trägt zu den Entscheidungen bei, die du als Bürger machst. Die kollektive Identität bezieht sich auf ein Zugehörigkeitsgefühl, das von einer Gruppe Menschen geteilt wird, besonders aufgrund einer gemeinsamen Sprache, Kultur und Geschichte. Die meisten Menschen in Kanada gehören zu einer oder mehrerer Gruppen mit einer kollektiver Identität. Das trägt auch zu den Entscheidungen bei, die du als Bürger machst. Im kommenden Jahr wirst du untersuchen, wie deine Reaktion auf die Themen deine Lebensqualität beeinflusst. Du wirst auch untersuchen, welche Perspektiven, Standpunkte und Rechte das beinhaltet. Die Themen im Mittelpunkt deiner Untersuchung stammen von zwei zentralen Fragen. Wie beeinflusst die Staatsführung in Kanada dich und alle Kanadier? Wie beeinflussen wirtschaftliche Entscheidungen in Kanada dich und Alle Kanadier? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Staatsführung und Gemeinschaft und Identität? Bei der Staatsführung geht es darum, wie Nationen sich selbst regieren. Es geht um die Beteiligung der Bürger an ihrer Regierung bei Entscheidungen, die sie und alle betreffen. Es geht um Rechte, ZB Bilingualismus und Institutionen, ZB Gerichtshöfe. Bei der Staatsführung geht es auch um folgende Themen. Wie die Struktur und Funktion von Kanadas politischem System den Entscheidungsprozess der Regierung, dein Handeln und deine Teilnahme an der Entscheidungsfindung beeinflusst. Welche Rolle Kanadas politisches System beim Aufbau einer Gesellschaft, zu der du und alle gehören, spielt? Welche Auswirkungen individuelle und kollektive Rechte auf Handlungen der Regierung haben und wie du auf Themen, die dir wichtig sind, reagieren kannst? Wie Regierungsentscheidungen auf wichtige Fragen dich, deine Lebensqualität und was dir im Leben wertvoll ist und woran du glaubst beeinflussen? Unten im Bild Demonstranten bestehen auf ihr Recht zur Gesundheitsfürsorge in Französisch, einer von Kanadas zwei Amtssprachen. Die Demonstration fand im Jahr 1997 in Ottawa statt, als die Regierung von Ontario die Absicht hatte, das Hospital Montfort Krankenhaus zu schließen. Das Krankenhaus bot und, als Folge der Aktionen der Bürger, bietet auch noch heute Ausbildung für Pflegekräfte auf Französisch. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Ökonomie und Gemeinschaft und Identität? Bei der Ökonomie handelt es sich um die Verwendung von Ressourcen zur Herstellung von Gütern und Dienstleistungen und um die Verteilung und den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen. Viele Entscheidungen betreffen die Ökonomieentscheidungen, die wir treffen, und auch Entscheidungen, die von der Regierung für uns getroffen werden. Diese Entscheidungen beeinflussen die Möglichkeiten, die Menschen haben auch du um zu arbeiten und ein Gehalt zu verdienen. Die Ökonomie umfasst Themen wie zum Beispiel Wie deine wirtschaftlichen Entscheidungen und die Struktur des kanadischen Wirtschaftssystems deine Lebensqualität und die Lebensqualität von Kanadiern beeinflussen. Wie deine wirtschaftlichen Entscheidungen deine Werte reflektieren und wie verschiedene Werte den Entscheidungsprozess in Kanada und in den Vereinigten Staaten gestalten. Wie Regierungsentscheidungen zu wichtigen wirtschaftlichen Themen dich betreffen deine Lebensqualität, was du für wertvoll hältst und woran du glaubst. Welche Faktoren sind für deine Lebensqualität, Gemeinschaft und Identität wichtig? Versuch das mal! Was sind, deiner Meinung nach, die wichtigsten Faktoren, die deine Lebensqualität beeinflussen? Erstelle eine List von den Dingen, die reflektieren, wer du bist und was wichtig für dich ist, zum Beispiel deine Sprache, deine Traditionen, und die Dinge, die du benötigst, um deine Grundbedürfnisse wie Nahrung und Sicherheit zu befriedigen. Ordne deine Ideen von der wichtigsten zur unwichtigsten. Warum sind manche Faktoren wichtiger als andere? Wie beeinflussen diese Faktoren deinen Sinn für individuelle Identität und kollektive Identität? Wie beeinflussen sie dein Handeln und deine Verantwortung als Bürger? Lebensqualität umfasst deine Werte und was du für wichtig hältst. Deine Lebensqualität ist mit politischen und wirtschaftlichen Themen und mit den Entscheidungen der Regierung und der Bürger als Reaktion auf diese Themen verbunden. Welche Faktoren sind für die Lebensqualität, Gemeinschaft und Identität der Menschen in Kanada wichtig? Dieser Abschnitt erhält Kommentare von drei Kanadieren über Lebensqualität. Überlege, wie jede Person zu ihrer Ansicht oder Perspektive kommt. Wie verbindet sich das mit Faktoren, die ihre Lebensqualität beeinflussen? Inwiefern beeinflussen diese Faktoren deine Identität und deine Verantwortung als Bürger? Welche Aussagen von den folgenden Sprechern übermitteln einen individuellen Standpunkt? Welche repräsentieren eher die Perspektive einer größeren Gruppe? In meiner Familie wuchsen wir in unseren Traditionen auf und lernten Werte und Tugenden. Am wichtigsten war jedoch unsere Sprache. Ich wurde von den Ältesten unterrichtet und von meinen Eltern, die von Herzen lehrten. Es wurde uns immer beigebracht, unsere Traditionen zu respektieren. Spiritualität ist ein Muss für unsere Lebensqualität. Wir dürfen nicht hungern, das heißt, nicht nur physisch, sondern auch seelisch, geistig und emotional. Wir müssen Balance finden, um ganz zu sein. Heutzutage ist das Leben vielleicht anders, aber die Ziele sind die gleichen. Wir müssen immer noch unsere Traditionen lernen. Aber wir brauchen auch formale Bildung. Unsere Älteren haben das seit Jahrzehnten behauptet, dass wir auch die Wege unserer Brüder und Schwestern aus anderen Kulturen lernen. In der Vergangenheit wurde alles mündlich überliefert, und das ist uns heute noch sehr wichtig, besonders für unsere heiligen Zeremonien. So können wir überleben. Wir unterrichten einander von Herzen, auf unserer eigenen Sprache. Wir müssen erkennbar bleiben. Dieses Gefühl von Stolz und Würde sind für die Zukunft äußerst wichtig. Wir Ältere müssen sicherstellen, dass die kommenden Generationen unsere Traditionen, Werte und natürlich unsere Sprache lernen. Unsere Sprache ist die Wurzel, die Basis, der Stamm aller Verbindungen mit der Mutter Erde und zum großen Geist. Der wichtigste Faktor für meine Lebensqualität ist, dass ich mich sicher fühle. In Kanada muss man nicht immer in Angst leben. Die Rechte von Kanadien werden respektiert. Wenn dir etwas durch den Kopf geht, darfst du darüber reden. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass einer mir etwas Böses will, weil er anderer Meinung ist. Jeder hat Verständnis füreinander. Der zweitwichtigste Faktor ist die öffentliche Gesundheitsfürsorge. Alle werden gleich behandelt, ob man Geld hat oder nicht. Das dritte ist, Zeit für die Familie zu haben. Ich kenne Menschen, die zwei Jobs annehmen müssen und sie haben Schwierigkeiten, genug Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Die Bildung ist auch sehr wichtig. Ich schätze es sehr, dass jemand wie ich, ein Flüchtling aus einem anderen Land, an der Universität studieren und etwas aus seinem Leben machen kann. In so vielen Ländern der Welt hättest du nie so eine Chance. Ich kann mir kein anderes Land vorstellen, wo ich lieber wohnen möchte als Kanada. Welche Faktoren sind für die Lebensqualität von Sandra Widarkowitsch wichtig? Ich glaube, manche meiner Prioritäten sind denen von anderen Menschen ähnlich. Ich will empfinden, dass ich etwas zur Gesellschaft beitrage, daran teilnehme und die Gelegenheit habe, etwas zu verändern. Ich will meiner Familie nahe sein und ich will, dass meine Familie gesund ist und sich wohl fühlt. Außerdem bin ich Frankofon. Französisch sprechen zu dürfen, mich in meiner eigenen Sprache ausdrücken zu können, ist äußerst wichtig für meine Lebensqualität. Es ist mir wichtig, Französisch arbeiten zu können und mit meiner Familie Französisch zu leben. Ich will auch, dass meine Kinder weiterhin Französisch sprechen. Ich erwarte nicht, überall Französisch zu sprechen. Das ist mir nicht wichtig. Was mir doch wichtig ist, ist die Anerkennung. Neulich bin ich nach Yellowknife gereist und in fast jedem Restaurant wurden wir auf Französisch bedient. Man hörte uns Französisch sprechen, also wurden wir auf Französisch bedient. Es ist wunderbar, eine Offenheit zur französischen Sprache und Kultur in der Gesellschaft zu empfinden, eine Bereitschaft, sich Mühe zu geben. Das ist herrlich. Wie beeinflussen Themen die Lebensqualität, Gemeinschaft und Identität von Kanadiern? In diesem Jahr wirst du kritisch über Themen nachdenken. Du wirst Beispiele vom Entscheidungsprozess in Kanada und in den Vereinigten Staaten untersuchen, um deine eigene informierte und aktive Antwort auf Themen zu formulieren. Deine Antworten können deine Lebensqualität beeinflussen und dir dabei helfen, die Bedeutung von Maßnahmen und Werten der Menschen in der Welt um dich zu verstehen. Während du die Themen untersuchst, bedenke folgendes, Themen existieren, weil Menschen unterschiedliche Werte und Glauben haben. Menschen sehen die Welt auf unterschiedliche Weise. Sie haben unterschiedliche persönliche Meinungen, individuelle Standpunkte und kollektive Perspektiven. Diese können beeinflussen, welche Themen ihnen wichtig sind und wie sie darauf reagieren. Welche Themen könnten diese Fotos vermitteln? Reisende an einem Flughafen stellen sich für die Sicherheitskontrolle an. Überlege dir, wie beeinflussen die individuelle Rechte von Kanadiern die Sicherheitskontrollen und das Polizeiwesen? Politische und wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen die Entwicklung von Energiequellen wie die Windenergie. Überlege dir, welche Verbindung besteht zwischen ihnen und Entscheidungen über die Umwelt und Lebensqualität? Im Jahr 2007 hatten manche der Menschen, die in dieser Zeltstadt in Edmonton wohnten, keinen anderen Platz zum Leben. Überlege dir, welche Möglichkeiten haben Menschen in der kanadischen Gesellschaft, wenn sie nicht einmal ihre Grundbedürfnisse befriedigen können? Denke an deine Schule, deine Familie und deine Gemeinde. Über welche Themen wird gesprochen? Welche Themen geraten in die Schlagzeilen der Zeitung? Kapitel 1 Wie effektiv regiert Kanadas föderales politisches System das Land für alle Kanadier? Wenn du das nächste Mal die Nachrichten siehst, zähle, wie viele Beiträge es über Entscheidungen der kanadischen Regierung gibt. Die Regierung erscheint in den Nachrichten, denn ihre Entscheidungen beeinflussen täglich die Lebensqualität aller Kanadier. Kanada hat verschiedene Regierungsebenen, das Land, föderal, die Provinzen, Territorien, provinziell und die Kommunen, Städte, Gemeinden. Dieses Kapitel befasst sich mit der föderalen Regierung, die Regierung Kanadas. Also wie trifft die föderalen Regierung Entscheidungen und wer beteiligt sich daran? Kanadier haben unterschiedliche Meinungen und Perspektiven über ihre Lebensqualität. Um eine Gesellschaft aufzubauen, zu der alle Kanadier gehören, ist es wichtig, dass die Regierung Kanadas die verschiedene Bedürfnisse und Prioritäten der Bürger anerkennt und berücksichtigt. Dieses Kapitel befasst sich mit der Staatsführung Kanadas das Verfahren und die Strukturen, die bestimmen, wie Kanadas Regierung wichtige Entscheidungen trifft. Während du dieses Kapitel liest, notiere dir die Herausforderungen und Möglichkeiten, die die Staatsführung schafft, wenn die Kanadier nach einer Gesellschaft streben, die alle einschließt, sowohl einzelne als auch Gruppen. Hauptfragen Welche Struktur hat das föderale politische System Kanadas? Wie entstehen unsere Gesetze? Wie verbinden die Medien die Kanadier mit ihrer Regierung? Was macht ein Lobbyist? Welche Struktur hat das föderale politische System Kanadas? Worum geht es in diesem Abschnitt? Hier wirst du über das föderale politische System Kanadas lesen. Es gibt Einen Comic, der als Einführung zu den exekutiven, legislativen und judikativen Ebenen von Kanadas Regierung dient. Eine Erklärung der Rollen und Aufgaben der Regierungsmitglieder Interviews mit Mitgliedern der Regierung, die ihre Ansichten darüber teilen, wie Kanadier am politischen Prozess beteiligt werden. Was solltest du beachten? Während du diesen Abschnitt liest, achte darauf, wie die Staatsführung in Kanada Gelegenheiten und Herausforderungen schafft, die die verschiedenen Ansichten und Perspektiven aller Kanadier ansprechen. Wie die föderale politische Struktur die Bürger einbezieht, sich an Entscheidungen zu beteiligen. Herzlich willkommen zu deiner Tour durch das politische System Kanadas. Die Verfassung von Kanada Die Verfassung von Kanada ist das Gesetz, das die Staatsführung beschreibt. Es bestimmt die Rolle des Generalgouverneurs und die verschiedenen Rollen der drei Regierungsebenen. Es erklärt, wie die drei Regierungsebenen zusammenarbeiten, um die Entscheidungsbefugnisse der Regierung auszuüben. Die Verfassung beinhaltet auch andere wichtige Organe, zum Beispiel die kanadische Charta der Rechte und Freiheiten. Monarch, Monarchin von Großbritannien Wird in Kanada vom Generalgouverneur verteten. Großbritanniens Königin oder König ist das Staatsoberhaupt von Kanada, spielt aber keine aktive Rolle in der Regierung. Der Generalgouverneur vertritt die Monarchin von Großbritannien in Kanada und ist somit Teil der exekutiven und der legislativen Regierungsebene. Die Exekutive Rolle Schlägt die meisten Gesetze vor Setzt Gesetze in die Tat um Führt das tägliche Geschäft der Regierung Die Legislative Rolle Machtgesetze Vertritt die Interessen und Rechten der Regionen Kanadas Die Judikative Rolle Interpretiert Gesetze und wendet sie an Oberster Gerichtshof von Kanada Territoriale und Provinzgerichte Was macht die Exekutive? Exekutive Der Premierminister und das Kabinett Die Exekutive besteht aus dem Premierminister, PM und Mitgliedern des Kabinetts Er ist Vorsitzender des Parlaments Um Premierminister zu werden, muss man zum Parteichef gewählt werden Dann muss man zum Abgeordneten des Unterhauses gewählt werden In der Regel wird der Vorsitzende der Partei mit den meisten Sitzen im Unterhaus Premierminister Mehr darüber kannst du auf Seite 27 lesen Im Kabinett sitzen die Menschen, die für die verschiedenen Ministerien und Agenturen oder Ämter verantwortlich sind, zum Beispiel Gesundheit, Finanzen und Umwelt Die Kabinettsmitglieder sind Angehörige der führenden politischen Partei des Unterhauses und Abgeordnete, MPS oder Senatoren Die Kabinettsmitglieder nennt man auch Kabinettsminister Der Premierminister entscheidet, welche Ämter im Kabinett einbezogen werden und bestimmt die Kabinettsminister Das Kabinett schlägt die meisten Ideen vor, die später zu Gesetzen werden Der Premierminister und das Kabinett führen das tägliche Geschäft der Regierung Zum Beispiel der Umweltsminister führt das Umweltministerium, dessen Personal und Ausrüstung unter anderem für die Überwachung der Luftverschmutzung verantwortlich ist Was ist eine politische Partei? Eine politische Partei ist eine Gruppe von Menschen, die ähnliche Ideen darüber hat, wie die Regierung auf Fragen der Gesellschaft reagieren sollte Politische Parteien sind offiziell anerkannte Organisationen Sie stellen Kandidaten für Wahlen auf und versuchen, eine Regierung zu bilden Jede Partei entwickelt Richtlinien, auf der Grundlage der gemeinsamen Werte der Mitglieder, um auf Themen zu reagieren Jeder, auch Schüler der 9. Klasse, kann einer politischen Partei beitreten und eine Stimme haben Kanada hat eine Vielfalt an politischen Parteien, denn Kanadier haben unterschiedliche Ansichten darüber, was für sie selbst und Kanada am besten ist Was macht die Legislative? Die Legislative besteht aus dem Unterhaus, dem Senat und dem Generalgouverneur Die Legislative nennt man auch Kanadas Parlament Das Unterhaus Das Unterhaus ist hauptsächlich dafür verantwortlich, im kanadischen politischen System Gesetze zu bestimmen Die Mitglieder des Unterhauses debattieren, untersuchen und entscheiden über Gesetze, die für Kanada vorgeschlagen werden Diese nennt man Gesetzentwürfe Parlamentsmitglieder oder MPS sind die Mitglieder des Unterhauses Sie werden von den Bürgern gewählt Jedes MP repräsentiert einen Regierungsbezirk Die meisten MPS sind Angehörige einer politischen Partei Die Partei mit den meisten MPS bildet gewöhnlich die Regierung Die anderen Parteien bilden die Opposition Die Repräsentation im Unterhaus richtet sich nach der Bevölkerungszahl Alle Verfahren der Gesetzgebung werden in Kanadas zwei Amtssprachen Englisch und Französisch ausgeübt Die Fragestunde ist oft der lebhafteste Teil des Tages im Unterhaus Mitglieder der Opposition Befragen den Premierminister und die Kabinettsminister über die Entscheidungen, die von der Regierung getroffen werden Die Rolle der Opposition ist es, eine Debatte zu gestalten, den Wächter zu spielen und die verschiedenen Meinungen und Perspektiven aller Kanadier zu vertreten In diesem Foto gibt Stefan Dion, Parteichef der Liberalpartei, eine Erklärung ab Wer gestaltet die Regierung? Jeder Regierungsbezirk hat einen Sitz, wörtlich einen Platz, wo das Parlamentsmitglied sitzt Mehrheitsregierung Wenn eine politische Partei die Mehrzahl der Sitze im Unterhaus gewinnt, bildet sie immer die Regierung In diesem Beispiel würde die blaue Partei die Regierung bilden Minderheitsregierung Wenn eine politische Partei die meisten Sitze im Unterhaus gewinnt, jedoch nicht die Stimmenmehrheit, bildet sie in den meisten Fällen trotzdem die Regierung In diesem Diagramm würde die blaue Partei die Regierung bilden Um jedoch an der Macht zu bleiben, müsste diese Partei mit mindestens einer der anderen Parteien verhandeln, um ihre Unterstützung zu sichern Somit wird dafür gesorgt, dass mindestens 5.0 RMPS des Unterhauses die Vorschläge der Regierung unterstützen Unten im Bild Hier ist der Saal des Unterhauses, wo MPS über Gesetzentwürfe debattieren und abstimmen In diesem Saal vertreten MPS die Meinungen und Bedürfnisse ihrer Wähler Wie sehen Mitglieder des Parlaments, MP, ihre Rolle? Mitglieder des Parlaments haben zwei Hauptaufgaben, ihre Wähler zu vertreten und an der Gesetzgebung für Frieden, Ordnung und gute Regierung aller Kanadier mitzuwirken Ein Mitglieder des Parlaments hat viele Aufgaben, er ist sowohl Gesetzgeber, als auch Stimme seiner Wähler Die meiste Zeit arbeite ich für meine Wähler Als Mitglieder des Parlaments für First Nations ist es meine Hauptaufgabe Sicherzustellen, dass sich die Gesetzgebung mit den wichtigen Themen für First Nations befasst Die Hauptaufgabe gilt den Wählern, die den Mitglieder des Parlaments gewählt haben Der Mitglieder des Parlaments vertritt sie Er formuliert Strategien und unterstützt sie mit Dienstleistungen, die von der Regierung zur Verfügung gestellt werden Die zweite Aufgabe des Mitglieder des Parlaments ist die Arbeit im Parlament Ob in der Regierung oder in der Opposition, man spielt eine wichtige Rolle Wie wird ein Mitglieder des Parlaments gewählt? Die Struktur des kanadischen Wahlsystems bestimmt zum Teil, wer die kanadischen Bürger in der Regierung vertritt Kanadier haben unterschiedliche Ansichten und Perspektiven über dieses System Betrachte das Beispiel der Wahl von Depak Obrey in 2006 Ergebnisse Föderale Wahl 2006, Calgary Ost Um bestimmt zu werden, muss ein Kandidat die meisten Stimmen gewinnen, aber nicht unbedingt 5-0 erstimmen Föderaler Wahlbezirk Calgary Ost Für die Föderale Wahl 2006 waren sechs Kandidaten im Bezirk Calgary Ost Aufgestellt Die Wähler von Calgary Ost wohnen alle in dem auf der Karte gekennzeichneten Stadtteil Calgaris Welche Wirkung hat der Popular Vote auf die Ergebnisse einer Wahl? Popular Vote bedeutet, die Gesamtunterstützung, die die politischen Parteien bei der Wahl gewinnen, ob sie den Wahlbezirk gewinnen oder nicht Die Tabelle und Karte auf dieser Seite zeigen die Ergebnisse der föderalen Wahl in Alberta von 2006 Was wäre geschehen, wenn man die Wahlstimmen der 2006-Wahl nach Popular Vote anstelle der Wahlbezirke gewertet hätte? Auf welche Weise wären Albertaner dann anders im Unterhaus repräsentiert? Ergebnisse durch Popular Vote Föderale Wahl 2006, Alberta Liberale 65% Konservative 16% NDP 12% Grüne 6% Andere 1% Ergebnisse nach Wahlbezirk, Föderale Wahl 2006, Alberta Diese Karte zeigt die politischen Parteien, die Albertas 28 föderale Wahlbezirke bei der Wahl 2006 gewonnen haben Wusstest du das? Die Anzahl der Wahlbezirke in einer Provinz basiert auf seiner Einwohnerzahl Die folgende Tabelle nennt einige Beispiele zum Vergleich Alberta 28 föderale Wahlbezirke 3, 3 Millionen Leute Saskatchewan 14 föderale Wahlbezirke 1 Million Leute BC 36 föderale Wahlbezirke 4, 1 Million Leute Das Problem identifizieren und ansprechen Auf Seite 9 findest du Kriterien, wie man ein Problem identifiziert Wie können dir die Kriterien und Informationen auf dieser Seite helfen, um ein Problem des kanadischen Wahlprozesses zu identifizieren? Wie ist dieses Problem mit kanadischer Gemeinschaft und Identität verbunden? Der Senat Der Senat Ein Mitglied des Senats heißt Senator Senatoren werden nicht gewählt, sondern vom Premierminister ernannt Sie dürfen bis zu ihrem 75. Lebensjahr dienen Ein Premierminister neigt dazu, Menschen in den Senat zu ernennen, die seine politische Partei unterstützen Da aber nur wenige Sitze des Senats zu einer bestimmten Zeit unbesetzt sind, gibt es Senatoren aus vielen Parteien Senatoren vertreten die Interessen und Rechte von Kanadas Regionen, insbesondere die Minderheiten in Kanada Senatoren werden unter Bereichen oder Regionen ernannt Zur Zeit der Konföderation im Jahr 1867 bestimmte die Verfassung drei Regionen, die sie Provinzen, Ontario und Québec So wollte man sicherstellen, dass diese drei Regionen gleichberechtigt im Senat waren Man wollte auch dafür sorgen, dass die französisch sprechende Menschen Quebecks in Kanada eine Minderheit, eine starke Stimme in Kanada hatten Mit der Zeit traten neue Provinzen und Gebiete Kanada bei und somit wurden auch neue Regionen hinzugefügt zu den Bereichen, die Senatoren ernennen dürfen Alle Verfahren des Senats werden auf Englisch und auf Französisch bearbeitet Der Senat darf Gesetze vorschlagen, aber gewöhnlich prüft er die Gesetzentwürfe, die schon im Unterhaus verabschiedet wurden Somit liefern die Senatoren eine zweite Runde der Studie, Aussprache und Abstimmung über die Gesetze, die für Kanada vorgeschlagen werden Weil der Senat die verschiedenen Regionen Kanadas repräsentiert, betrachtet er die Themen, die alle angehen, aus einer anderen Perspektive Der Senat darf keine Gesetze vorschlagen, die Steuern schaffen oder Steuern ausgeben Ein Gesetzentwurf wird erst dann zu einem Gesetz, wenn das Unterhaus und der Senat es beide beschließen Der Senat verfügt zwar über die Macht, einen Gesetzentwurf des Unterhauses abzulehnen, aber es kommt selten vor, dass er diese Macht anwendet Aufforderung, denke kritisch Warum ist die Rolle des Senats, Minderheiten zu repräsentieren, so wichtig für die Staatsführung Kanadas? Wie sehen Senatoren ihre Rolle? Meine Aufgabe ist es, meine Region zu vertreten und die Interessen der Minderheiten zu schützen Der Senat versichert, dass alle Stimmen gelten Wir sprechen für die Menschen, die vielleicht kein Mitspracherecht haben Wir bringen Gleichgewicht Wir nehmen unsere Pflicht sehr ernst Warum haben Kanadier unterschiedliche Meinungen und Perspektiven über die Rolle des Senats im politischen System Kanadas? Welche Beweise dafür kannst du auf dieser Seite finden? Generalgouverneurin Michaelle Jean verleiht Jean-Robert Gauthier 2007 den Bordeaux of Canada, Kanadas höchste Auszeichnung Als Senator setzte sich im Gauthier für die Rechte der Frankofonen ein Er war zum Beispiel dafür verantwortlich, dass das Hospital Montfort Krankenhaus in Ottawa in Betrieb gehalten wurde Siehe es drei Meine Rolle als Senator ist ganz anders als die der vorhergehenden Senatoren Ich bin der Vorsitzende eines Komitees, das den Senat ändern will Wir wollen, dass die Senatsabgeordneten mit ausgewogener Repräsentanz aus den Provinzen gewählt werden Viele sind der Meinung, der Senat sei unrechtmäßig und unwirksam Die Veränderungen, die wir vorschlagen, würden den Senat nützlich machen und ihm Respekt verschaffen Bert Brown stammt aus Catherine, Alberta Er setzt sich seit 20 Jahren für eine Strukturänderung des Senats ein Premierminister Stephen Harper ernannte ihn 2007 zum Senator, nachdem Herr Braun eine inoffizielle Wahl gewonnen hatte Repräsentation I.M. Unterhaus I.M. Vergleich zu dem I.M. Senat 2007 Québec, 75 Ontario, 106 Territorien, 3 PEI, 4 Neufundland und Labrador, 7 Neuschottland, 7 Neubronschweig, 10 Sitze im Unterhaus, 308 Regionen mit höheren Bevölkerungszahlen haben mehr Sitze im Unterhaus Manitoba, 14 Saskatchewan, 14 Alberta, 28 BC, 36 Sie-Provinzen, 24 Sie-Provinzen, 24 Québec, 24 Ontario, 24 Westliche Provinzen, 24 Territorien, 3 Neufundland und Labrador, 6 Sitze im Senat, 105 Kanadas Verfassung bestimmt Bereiche oder Regionen für die Ernennung der Senatoren Diese Bereiche haben eine festgesetzte Anzahl an Sitzen im Senat Inwieweit repräsentiert die Struktur des Senats Kanadier anders als die des Unterhauses? Wie trägt diese Struktur dazu bei, dass der Senat im Interesse der Regionen und Minderheiten handeln kann? Was macht die Judikative? Die Judikative schließt alle Gerichtshöfe Kanadas ein. Alle Mitglieder der Judikative stammen aus dem Anwaltsberuf Der oberste Gerichtshof von Kanada ist das oberste rechtsbrechende Staatsorgan Kanadas Er hat das letzte Wort bezüglich aller juristischen Fragen, einschließlich Fragen bezüglich der Vorschriften für die Erstellung und Anwendung unserer Gesetze Die Judikative ist getrennt von den anderen Regierungsebenen und funktioniert als Kontrolle ihrer Mächte Die Judikative interpretiert das Recht in Kanada und wendet es an Sicherzustellen, dass die Rechte aller Kanadier respektiert werden, ist die Hauptverantwortung der Judikative Wie sehen die Richter ihre Rolle? Der Amtseid besagt, dass wir das Recht nach unseren besten Möglichkeiten anwenden und definieren Wir sind Richter, keine Politiker Unsere Rolle ist es, das Recht zu interpretieren und anzuwenden Das ist das Wichtigste, was ich mache Diese Stelle ist sehr anspruchsvoll Zuallererst sind die Fragen, die uns vorgelegt werden, sehr anspruchsvolle Fragen Es sind schwierige Fragen Im gewissen Sinne behandeln wir viele gesellschaftliche Fragen Wir haben schon Fragen der Gleichberechtigung, der Diskriminierung, des Kriminalprozesses, soziale Fragen und eine große Menge anderer Angelegenheiten untersucht Wer wird oberster Staatsrichter? Der oberste Gerichtshof besteht aus neun Richtern aus vier Regionen Kanadas In der Geschichte Kanadas haben Québec meistens der Premierminister und das Kabinett die Richter des obersten Gerichts ernannt, sobald eine Stelle frei wurde zum Bespiel, wenn ein Richter in den Ruhestand geht Im Februar 2006 änderte Premierminister Stephen Harper den Ernennungsvorgang Jetzt nominieren der PM und das Kabinett die Richter, die dann von einem Komitee aus Parlamentsmitgliedern überprüft werden 2007 hatte der PM immer noch die Macht, den Staatsrichter seiner Wahl zu ernennen Dieses Foto zeigt die Staatsrichter des obersten Gerichtshofes im Jahr 2005 Das Gremium hat immer eine ungerade Zahl an Richtern, um ein Unentschieden bei Entschlüssen zu vermeiden Sucht nach einem Update über die Ernennung der obersten Staatsrichter Welches Verfahren gibt es heute? Wie entstehen Gesetze? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt liest du darüber, wie die kanadische Regierung Gesetze beschließt Hier gibt es Hintergrundsinformationen über ein Gesetz, das Föderale Verantwortlichkeitsgesetz Federal Accountability Act oder FAA Ein Ablaufdiagramm, das erklärt, wie das FAA im Unterhaus und im Senat vorgeschlagen, debattiert und als Gesetz beschlossen wurde Eine Perspektive der First Nations zum Gesetzgebungsverfahren in Kanada Was solltest du beachten? Während du diesen Abschnitt liest, suche Informationen darüber Wie Gesetze entstehen Wie effektiv das Gesetzgebungsverfahren alle Kanadier einbezieht Zieht es ihre vielfachen Ansichten und Perspektiven über die Angelegenheiten in Betracht Als Minister für die Staatskasse führte John Belt 2006 das Föderale Verantwortlichkeitsgesetz, FAA, ein In diesem Foto hält er eine Pressekonferenz über das Gesetz Überleg dir, warum hat John Belt gerade diesen visuellen Hintergrund im Foto verwendet, um seine Botschaft besser zu übermitteln und seine Zuhörer zu überzeugen? Das Föderale Verantwortlichkeitsgesetz Die kanadische Regierung beschloss das Föderale Verantwortlichkeitsgesetz im Dezember 2006 als Antwort auf die Streitfragen aus dem Sponsorenskandal Diese Streitpunkte umfassten Verantwortbare und nachvollziehbare Ausgaben der Regierung Schutz der Regierungsangestellten, die über Fehlverhalten im Staatsdienst informieren Mehr Informationen über die Aktivitäten von Lobbyisten Lobbyisten sind Menschen, die bezahlt werden, um die Interessen von besonderen Gesellschaftsgruppen zu repräsentieren Mehr darüber kannst du auf den Seiten 51 bis 52 lesen Sieh dir den folgenden Artikel an Warum warf der Sponsoren Skandalfragen auf? Sheila Fraser war zur Zeit des Sponsoren, Skandals Auditor General von Kanada Der Auditor General überwacht im Namen des Parlaments und aller Kanadier, welche Summen die Regierung ausgibt Ihr Bericht führte zu einer öffentlichen Untersuchung, die Strafanzeigen gegen mehrere Beamte zur Folge hatte Drei wurden verurteilt Keine gewählten Vertreter wurden schuldig gesprochen Wegen dieses Skandals verlor die liberale Partei Sitze bei der föderalen Wahl 2004 Welche Schritte verfolgt das föderale? Verantwortlichkeitsgesetz, FAA Jetzt hast du schon viel über die Rolle der Legislative bei der Schaffung von Gesetzen gelernt Innerhalb der Legislative durchlaufen Gesetzentwurf mehrere Schritte, bevor sie zum Gesetz werden Das Ablaufdiagramm unten und auf der nächsten Seite zeigt diesen Vorgang der Gesetzentstehung für das föderale Verantwortlichkeitsgesetz, FAA Unterhaus Erste Lesung Das FAA wurde am 11. April 2006 vorgeschlagen Erste Lesung Dritte Lesung Keine weitere Änderungen Schritte der Gesetzgebung im Unterhaus und im Senat Zweite Lesung Das Komitee, das das FAA untersuchte Traf sich 28 Mal Rief 129 Zeugen auf, einschließlich Repräsentativen der First Nations, Gewerkschaften und politischen Parteien Machte 116 Änderungsvorschläge Gesetzentwurf untersuchen Komitee, Phase Gesetzentwurf Änderungen oder Zustimmen Bericht, Phase Die MPS stimmten für weitere 22 Änderungen im FAA Keine weitere Änderungen oder keine weitere Änderungen Dritte Lesung Gesetzentwurf verwerfen oder zustimmen Schritte der Gesetzgebung im Unterhaus und im Senat Erste Lesung Bedruckte Kopien des Gesetzentwurfes werden zum ersten Mal zur Verfügung gestellt Es gibt keine Debatte, keine Wahl Zweite Lesung Der Gesetzentwurf wird debattiert und danach wird darüber abgestimmt Dient der Gesetzentwurf den Interessen aller Kanadier? Komiteephase Eine gründliche Untersuchung des Gesetzentwurfes Eine Komitee aus MPS oder Senatoren überprüft den Gesetzentwurf mit Hilfe von Zeugen, einschließlich Experten und Bürger Das Komitee erstattet einen Bericht, dem das Haus oder der Senat gewöhnlich zustimmt Berichtphase Debatte und Zustimmung zu den Änderungen für den Gesetzentwurf Dritte Lesung Der Schlussentwurf wird debattiert Dann wird abgestimmt Stéphane Doucet-Préville Page im Parlament Stéphane Doucet-Préville hatte gerade seinen Abschluss bei École Maurice, Lavallée, einer Frankophonenschule in Edmonton gemacht, als er im September 2006 dem Programm für Pagen im Unterhaus beitrat Jedes Jahr bietet das Pagen-Programm 40 kanadischen Schülern die Gelegenheit, persönlich über die Legislative zu lernen Im Unterhaus helfen die Pagen den MPS bei ihrem Tagesgeschäft, zum Beispiel beim Fotokopieren oder dem Beantworten von Telefonanrufen Während der Debatten und der Fragestunde im Unterhaussaal holen sie Dokumente und übermitteln Botschaften zwischen den Mitgliedern der Versammlung Als Page habe ich als erstes gelernt, dass es zwischen den verschiedenen politischen Parteien viel Zusammenarbeit gibt Die Konfrontationen der Parteien in der Fragestunde erscheinen oft in den Nachrichten, aber die Fragestunde beträgt nur 45 Minuten Für den Rest des Tages äußert man Ansichten zu den Themen, die Kanadier betreffen und man bespricht Gesetze Am Ende geben sich die MPS Mühe, sich zu einigen Sie wollen über das entscheiden, was allen Kanadieren zugute kommt Ich glaube, viele Menschen wissen nicht, welche Verantwortung die MPS haben Aber ich habe festgestellt, dass MPS unseren Respekt verdienen Sie haben lange Arbeitstage und stehen unter enormem Stress Zusätzlich zu ihrem Tagesgeschäft im Unterhaus arbeiten sie auch als Mitglieder in Komitees und beantworten Fragen von ihren Wählern Das ist keine leichte Aufgabe Sie haben sich wirklich verpflichtet, es zu tun Was ist das Unvergesslichste? Jeden Tag gab es etwas Besonderes, ZB während der Fragestunden im Saal des Unterhauses zu sein und jeden Mittwoch die Nationalhymne zu singen Nicht jeder Kanadier bekommt die Gelegenheit, das zu machen Es ist etwas ganz Besonderes Welche Erfahrungen über die Rolle der MPS hat Stefan aus erster Hand im Unterhaus gesammelt? Warum haben Menschen unterschiedliche Meinungen über die Arbeit der MPS? Welche Stimme brauchen die First Nations, METES und INUIT? Obwohl sie zu den Gründungsvölkern Kanadas zählen, wurden die Völker der Ureinwohner nicht konsultiert, als Kanada 1867 durch die Konföderation entstand Der Britisch-Nordamerika-Akt, BNA-Act, war Kanadas ursprüngliche Verfassung und etablierte das kanadische Regierungssystem Er hat die Rechte der Völker der Ureinwohner nicht anerkannt Der BNA-Act Machte die First Nations zur Verantwortung der Regierung, zusammen mit anderen Dingen wie zum Beispiel die Post Die First Nations wurden nicht als unabhängiges, souveränes Volk mit eigener Regierung angesehen Erwähnte die INUIT oder die METES überhaupt nicht Seit der Konföderation haben sich die Völker der Ureinwohner erfolgreich für die Einbeziehung ihrer Rechte in Kanadas Verfassung eingesetzt Aber viele empfinden sich immer noch vom politischen System Kanadas ausgeschlossen Gesetze 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 2007 legten die MPS mehr als 300 Gesetzentwürfe vor, einschließlich der, die hier beschrieben werden Wie könntest du feststellen, ob die Gesetzentwürfe zu Gesetzen geworden sind? Wie könntest du feststellen, welche Gesetzentwürfe dieses Jahr von den MPS vorgelegt worden sind? Gesetzentwurf C, 30 schlug vor, dass man die Pflanzenproduktion für Biokraftstoffe erhöht, um Luftverschmutzung und Treibhausgase zu verringern Was meinst du, welche Werte reflektieren diese Gesetzentwürfe? Gesetzentwurf C, 19 schlug vor, Straßenrennen unter Strafe zu stellen Das bedeutet, dass die Polizei Menschen zusätzlich zu einer Anklage für rücksichtsloses Fahren und Geschwindigkeitsüberschreitung auch wegen Straßenrennen anklagen können Gesetzentwurf C, 321 schlug vor, einen Nationaltag für Hockey einzurichten Damit sollte anerkannt werden, dass Hockey als einigende Kraft in unserer Geschichte diente Es ein wichtiger Bestandteil unserer heutigen nationalen Identität ist und als ein Eckpfeiler unserer einzigartigen kanadischen Kultur gilt Wie verbinden die Medien die Kanadier mit ihrer Regierung? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt liest du über die Rolle der Medien bei ihrer Vermittlung von Informationen über die Maßnahmen der Regierung Hier findest du Informationen über den Einfluss der Medien auf aktuelle Nachrichten und Themen Kommentare von einem Reporter über die Herausforderungen der Berichterstattung politischer Themen Beispiele für neue Gruppen, die die unterschiedlichen Bedürfnisse und Perspektiven der kanadischen Bevölkerung beschreiben Was solltest du beachten? Während du diesen Abschnitt liest, suche Informationen darüber Wie die Medien den Bürgern Möglichkeiten anbieten, ihre Bedürfnisse und Anliegen über politische Themen zu äußern Überleg dir, woher bekommst du deine Nachrichten? Hat die Quelle deiner Nachrichten einen Einfluss darauf, welche Informationen du bekommst? Gibt es Formate, die effektiver sind als andere? Wie kannst du sicherstellen, dass die Informationen zuverlässig und ausgewogen sind? Wie sehen Reporter ihre Rolle? Unter Medien verstehen wir Zeitungen, Zeitschriften, Film, Radio, Fernsehen, das Internet, Bücher und Werbetafeln Sie liefern in kürzester Zeit Informationen und Botschaften an ein breites Publikum Die Medien berichten aber nicht nur Neuigkeiten Sie beeinflussen unser persönliches Verständnis der Welt und wie sie funktioniert Alle Medienberichte werden von Menschen gestaltet, die die Fakten interpretieren und entscheiden, wie die Story am besten übermittelt werden soll Wenn eine Story in den Medien wiederholt wird, hat das einen Einfluss auf das, was als nächstes passiert Politiker entwickeln zentrale Mitteilungen für die Medien, um zu kontrollieren, wie sie von den Medien dargestellt werden und um das zu vermitteln, was sie den Kanadiern sagen wollen Gewöhnlich sind das einprägsame Zitate oder Ausdrücke, fast wie Werbesprüche Journalisten treffen Entscheidungen darüber, welche Nachrichten sie übermitteln wollen und wessen Ansichten sie vertreten Unsere Rolle ist es, die Menschen über die Auswirkungen der Regierung auf ihr Leben zu informieren Denn das ist das Wesentliche an der Regierung, unsere Gesellschaft zum Vorteil zu verändern Wenn sie das nicht erfüllt, wählt man eine neue Regierung Die große Herausforderung für uns ist, die Wahrheit zu erfahren Es ist oft nicht leicht, die Wahrheit zu finden Man stellt schnell fest, dass das, was auf der Webseite der Regierung steht, nicht immer der Wahrheit entspricht Man findet die Wahrheit nicht in der ersten Pressemitteilung Man muss herumsuchen und glaubwürdige Quellen mit glaubwürdigen Informationen finden Man muss sich im Trubel und Lärm der Fragestunde zurechtfinden, um das Fünkchen an Wahrheit zu finden, über das die Menschen lesen wollen Was ist, laut Herrn Martin, die Hauptrolle der Regierung? Stimmst du mit ihm überein oder nicht? Warum? Aufforderung Denke kritisch Wie übermitteln die verschiedenen Medien die Entscheidungen der Regierung? Woher bekommen die Journalisten ihre Informationen? Welche Beziehung besteht zwischen Medien und Politikern? Der Werbespruch, ein Ausdruck, der wiederholt von Politikern oder Verkäufern verwendet wird, um eine Idee zu präsentieren Was ist die parlamentarische Journalistenloge? Dan Martin ist Mitglied der parlamentarischen Journalistenloge, ein Verband von Journalisten, der über die Entscheidungen und Verhandlungen der kanadischen Regierung berichtet Zu dieser Journalistenloge gehören etwa 350 Reporter Sie repräsentieren Medien aus ganz Kanada Unter anderem gehören zur Journalistenloge Aboriginal P.O.P.L.S. Television Network APTN bietet den First Nations, Metis und Inuit-Völkern durch ein landesweites Fernsehnetz die Möglichkeit, ihre Geschichten in ganz Kanada zu verbreiten APTN überträgt auf Englisch, Französisch und mehreren Sprachen der Ureinwohner Association de la Presse Francophone Diese Nachrichtenagentur dient französischsprachigen Gemeinden außerhalb Quebecks Zu den Mitgliedern zählt auch Le Franco in Edmonton Was meinst du, warum haben francophone Gemeinden in Alberta andere Ansichten zu Themen als französisch sprechende Menschen in Québec? CBC Radio Kanada CBC Radio Kanada, Kanadas öffentlich-rechtlichter Rundfunk, liefert Radio, Fernsehen, Internet und Satelliten gestützte Serviceleistungen für alle Kanadier auf Englisch, Französisch und acht Sprachen der Ureinwohner Kanadas CBC überträgt auch auf neun Sprachen für Kanadier und internationale Zuhörer im Ausland und auf acht Sprachen für neue Kanadier La Devoire Diese französischsprachige Zeitung aus Montreal wird in Québec angeboten Ming-Pan-News Diese chinesischsprachige Zeitung aus Hongkong hat kanadische Ausgaben in Toronto und Vancouver Omni-Television Dieser Fernsehsender zielt darauf ab, Kanadas Vielfalt durch multikulturelle, multilinguale und multireligiöse Programme zu reflektieren Er überträgt auf mehreren Sprachen und spricht viele kulturelle Gruppen in Kanada an, darunter südasietische, italienische, portugiesische, chinesische und karibische Gemeinden Wie beeinflusst die Vielfalt der Medien die Art, wie sich Kanadier mit Themen befassen? In diesem Foto spricht NDP, Parteichef und MP Jack Waden mit Reportern Für Politiker ist das eine Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit mitzuteilen Manchmal halten sie eine Pressekonferenz ab, um den Bürgern ihre Ideen, Anliegen und Meinungen zu bestimmten Themen mitzuteilen Wie erkennt man Vorurteile? Die Medien sind ein Weg, wie wir Ansichten zu Themen erkunden können Man muss sich jedoch sicher sein, dass die Nachrichten, die man liest, anschaut oder hört auch richtig sind und dass ein Gleichgewicht der Ansichten und Perspektiven vermittelt wird Man muss darauf achten, dass keine Vorurteile bestehen Vorurteile entstehen durch eine Denkweise, die auf persönlicher Ansicht beruht Manchmal schaffen Vorurteile gegenüber bestimmten Themen unausgewogene Informationen in den Nachrichten Entscheidend ist, sich aufgeschlossen zu verhalten, wenn man Themen präsentiert und analyziert Prüfe, ob der folgende Artikel Vorurteile enthält Überlege dir dabei diese Fragen Wer ist der Autor oder Redner? Hat diese Person die Autorität, über das Thema zu reden? Liefert die Information Fakten und Beweismaterial? Greift der Artikel auf Stereotypen zurück? Spricht er Angst oder Gefühle an? Lässt er besondere Gruppen oder Menschen unbeachtet? Was weißt du bereits über dieses Thema? Ist diese Information damit in Einklang? Wie könntest du die Information auf Richtigkeit überprüfen? Lobbyisten? Was machen Lobbyisten? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt liest du über die Rolle der Lobbyisten im politischen Verfahren. Hier findest du Informationen über Lobbyisten Zwei Interviews mit Lobbyisten, die ihre Ansichten darüber äußern, wie sie die Interessen der Kanadier vertreten. Was solltest du beachten? Während du diesen Abschnitt liest, achte darauf. Was macht ein Lobbyist? Inwieweit vertritt ein Lobbyist die Kanadier in einem politischen Verfahren? Wie beeinflussen Lobbyisten den Entscheidungsprozess? Was sind Lobbyisten? Ein Lobbyist wird von einer Gruppe angestellt, MPS und Regierungsbeamten zu beeinflussen. Lobbyisten müssen sich beim Bevollmächtigten für Lobbyisten anmelden, damit alle Menschen in Kanada wissen, wer sie sind und wen sie vertreten. Lobbyisten bringen die Ansichten von Gruppen zu den Themen zum Ausdruck, die ihre Mitglieder, Produkte oder Dienstleistungen betreffen. Diese Themen können aber auch alle Kanadier betreffen. Innerhalb des föderalen politischen Systems bieten Lobbyisten unterschiedliche Perspektiven und fundiertes Wissen in vielen Fragen. Das föderale Verantwortungsgesetz, FAA, führte Vorschriften ein, die verlangen, dass Lobbyisten dokumentieren, mit welchen MPS und Regierungsbeamten sie sich treffen. Lobbyarbeit von Gruppen wie dem Interessenverband der Nichtraucher hat zu strengeren Kontrollen des Rauchens geführt. Dazu gehören Warnungen auf Zigarettenschachteln und Rauchverbote auf öffentlichen Plätzen. Was machen Lobbyisten? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt liest du über die Rolle der Lobbyisten im politischen Verfahren. Hier findest du Informationen über Lobbyisten Zwei Interviews mit Lobbyisten, die ihre Ansichten darüber äußern, wie sie die Interessen der Kanadier vertreten. Was solltest du beachten? Während du diesen Abschnitt liest, achte darauf. Was macht ein Lobbyist? Inwieweit vertritt ein Lobbyist die Kanadier in einem politischen Verfahren? Wie beeinflussen Lobbyisten den Entscheidungsprozess? Was sind Lobbyisten? Ein Lobbyist wird von einer Gruppe angestellt, MPS und Regierungsbeamten zu beeinflussen. Lobbyisten müssen sich beim Bevollmächtigten für Lobbyisten anmelden, damit alle Menschen in Kanada wissen, wer sie sind und wen sie vertreten. Lobbyisten bringen die Ansichten von Gruppen zu den Themen zum Ausdruck, die ihre Mitglieder, Produkte oder Dienstleistungen betreffen. Diese Themen können aber auch alle Kanadier betreffen. Innerhalb des föderalen politischen Systems bieten Lobbyisten unterschiedliche Perspektiven und fundiertes Wissen in vielen Fragen. Das Föderale Verantwortungsgesetz, FAA, führte Vorschriften ein, die verlangen, dass Lobbyisten dokumentieren, mit welchen MPS und Regierungsbeamten sie sich treffen. Lobbyarbeit von Gruppen wie dem Interessenverband der Nichtraucher hat zu strengeren Kontrollen des Rauchens geführt. Dazu gehören Warnungen auf Zigarettenschachteln und Rauchverbote auf öffentlichen Plätzen. Wie sehen Lobbyisten ihre Rolle? Lobbyisten vertreten die Ansichten und Perspektiven verschiedener Gruppen zu Themen und Angelegenheiten, die Kanadier betreffen. Zum Beispiel gibt es Lobbyisten, die sich an der Debatte über die Entwicklung der Ölsande in Alberta beteiligen. Ich habe einen Sohn im 9. Schuljahr und eine Tochter im 7. Schuljahr. Ich erkläre Ihnen, dass die Unternehmen und die Regierung komplex geworden sind, genauso wie die Themen Klimawandel, zum Beispiel. Die Regierung hat nicht alle guten Ideen oder richtigen Antworten für sich gepachtet. Der CAP bietet Fachkenntnisse, die dazu beitragen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich bin der Meinung, wir sind für den Entscheidungsprozess genauso wichtig wie Lobbyisten für die Umweltbewegung. Die besten Ergebnisse entstehen oft, wenn die Regierung, die Umweltberater und wir am runden Tisch zusammenarbeiten. Alle bringen ihre Fachkenntnisse ein und fordern einander auf, eine bessere Lösung zu finden. Aufforderung, denke kritisch. Inwieweit vertreten Lobbyisten Kanadier? In welcher Weise helfen oder behindern sie den effektiven staatlichen Entscheidungsprozess zu wichtigen Fragen? Wie sehen Lobbyisten ihre Rolle? Lobbyisten vertreten die Ansichten und Perspektiven verschiedener Gruppen zu Themen und Angelegenheiten, die Kanadier betreffen. Zum Beispiel gibt es Lobbyisten, die sich an der Debatte über die Entwicklung der Ölsande in Alberta beteiligen. Ich habe einen Sohn im 9. Schuljahr und eine Tochter im 7. Schuljahr. Ich erkläre Ihnen, dass die Unternehmen und die Regierung komplex geworden sind, genauso wie die Themen Klimawandel, zum Beispiel. Die Regierung hat nicht alle guten Ideen oder richtigen Antworten für sich gepachtet. Der CAP bietet Fachkenntnisse, die dazu beitragen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich bin der Meinung, wir sind für den Entscheidungsprozess genauso wichtig, wie Lobbyisten für die Umweltbewegung. Die besten Ergebnisse entstehen oft, wenn die Regierung, die Umweltberater und wir am runden Tisch zusammenarbeiten. Alle bringen ihre Fachkenntnisse ein und fordern einander auf, eine bessere Lösung zu finden. Aufforderung, denke kritisch. Viele verschiedene Organisationen sprechen direkt mit staatlichen Entscheidungsträgern. Wir sind eine solche Organisation. Aber im Gegensatz zur Ölindustrie oder anderer Unternehmensgruppen haben wir mit unserem Tun finanziell nichts zu gewinnen. Wir befassen uns mit den ökologischen Auswirkungen der Energiegewinnung. Wir schlagen Lösungen vor, identifizieren Prioritäten und versuchen, Beweismaterial zusammenzutragen, um Wandel zu erzielen. Bezüglich der Ölsande, zum Beispiel, haben wir bei den Medien und der Öffentlichkeit ein erhöhtes Bewusstsein über die wichtigsten Umweltauswirkungen der Ölsandentwicklung geschaffen. Das zwingt die Regierung zu handeln. Manchmal kommt es zu Auseinandersetzungen mit der Industrie, besonders, wenn wir erhöhte Kontrollen der Ölsandindustrie fordern. Aber wir arbeiten auch mit der Industrie zusammen. Wir beteiligen uns an mehreren Organisationen, die Konsens für bestimmte Themen anstreben. Alle äußern ihre Interessen am runden Tisch, auch die Repräsentaten der Industrie, und alle versuchen zusammenzuarbeiten und vorwärts zu kommen. Verbindung zu den großen Ideen Erster, wie sieht jeder der Lobbyisten seine Rolle, die Kanadier zu vertreten? Wo stimmen sie überein? Bei welchen Fragen sind sie unterschiedlicher Meinung? Wie verschieden sind ihre Ansichten? Ein Diagramm wie dieses hilft dir, ihre Kommentare zu Samenzofassen. Mit welchen Ansichten stimmst du überein? Warum? Gibt es vielleicht auch andere Meinungen zu dem Thema? Schreibe sie in das Diagramm. Zweiter, um in Kanadas föderalem politischem System mitzuwirken, übernehmen Menschen viele Rollen. Arbeitet in Kleingruppen, um eine Liste von allen Rollen zusammenzustellen, die in diesem Kapitel beschrieben wurden. Wie sehr sind die Menschen in jeder dieser Rollen am föderalen politischen System beteiligt? An welcher Stelle im Kontinuum stehen sie? Wie würdest du deine eigene Beteiligung einstufen? Dritter, für deine Kapitelaufgabe spielst du die Rolle des Premierministers. Erkläre, wie ein Lobbyist deine Entscheidungen als Premierminister beeinflussen könnte. Wiederholung Kapitel 1 Worum ging es ihr im Kapitel 1? Welche Struktur hat das föderale politische System Kanadas? Wie entstehen Gesetze? Wie verbinden die Medien die Kanadier mit ihrer Regierung? Was machen die Lobbyisten? Greif das Thema des Kapitels noch einmal auf. Benutze die unten stehenden Anleitungen, um dir eine informierte Position zum Kapitelthema zu erarbeiten. Wie effektiv regiert Kanadas föderales politisches System Kanada für alle Kanadier? Zeige, was du gelernt hast. Schritte 4 bis 6 Das Thema erkennen und darauf eingehen, Seite 13 Schritt 4 Beschreibe, was du erforscht hast. Erkenne und erkläre die entscheidende Perspektive. Erkläre, wie das Thema mit Gemeinschaft, Identität und Lebensqualität verbunden ist. Beschreibe, welchen Schritt du unternehmen könntest, um dich besser über das Thema zu informieren. Schritt 5 Beschreibe deinen jetzigen Standpunkt. Begründe deinen Standpunkt mit Beweismaterial. Schritt 6 Beschreibe eine Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen. Zeige, wie du auf dieses Thema eingehen würdest. Teile, was du gelernt hast. Stelle ein Wandbild über Kanadas föderales politisches System her. Verwende grafische Darstellungen, Bilder, Überschriften und Beschreibungen, um deine Ansichten zu verdeutlichen. Präsentiere dein Wandbild deinen Mitschülern, damit auch sie über das föderale politische System von Kanada lernen können. Links mit der Technologie. Organisiere die drei Regierungsebenen mithilfe einer elektronischen Abbildung und zeige ihre Zusammenarbeit bei der Lösung von Themen, die Kanadier betreffen. Benutze bildliches Anschauungsmaterial von QuipArt oder einen gemeinsamen Dateiorner, um deine Daten zu repräsentieren. Füge auch deine eigenen Grafiken hinzu, indem du Symbole herstellst und Beziehungen der verschiedenen Aspekte der föderalen Regierung zeigst. Reflektiere, bevor du vergisst. Überlege dir, was du in diesem Kapitel über Kanadas föderales politisches System gelernt hast. Schreibe diese Gedanken fertig. Vorher dachte ich, aber jetzt bin ich der Meinung. Das Wichtigste, was ich in diesem Kapitel gelernt habe, ist das die Bürger. In Bezug darauf, wie die kanadische Regierung die Bürger Kanadas repräsentiert, möchte ich noch mehr über lernen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.